Heute ist einfach nicht mein Tag. Dabei war gestern noch alles in Ordnung. Ich hab mich topfit gefühlt. Cappuccino zum Frühstück, ausgiebiger Kaffeeklatsch, aber gerade heute müssen meine Schaltkreise rumzicken. Jetzt brauche ich echte Experten, die sich um mich kümmern. Hoffentlich kontaktiert sie so schnell wie möglich den Bosch Werkskundendienst. Gott sei Dank, der Pickup-Service. Und ein Kaffee-Vollautomat geht auf Reisen. Das ist aber gemütlich, wie für mich gemacht. Uh, ganz schön aufregend. Ah, wo bin ich hier? Im Kaffee-Vollautomaten-Paradies? Nein, besser, in der Zentralwerkstatt. Dann kann ich mich ja jetzt entspannen. Schließlich bin ich ja in den Händen von echten Spezialisten. Ja, genau da ist es. War's schon fertig? Und was kommt jetzt? Das ist aber spannend hier. Oh, die Entkalkung. Das ist ja Wellness pur. Tut das gut. Oh, und jetzt nochmal richtig sauber machen und polieren. Toll, ich fühl mich wie neu. Und ich seh auch so aus. Die werden zu Hause Augen machen. Dabei war ich nicht mal 24 Stunden in der Werkstatt. Endlich wieder alle verwöhnen. Espresso Doppio? Kein Problem. Cappuccino? Ja, gerne. Milchkaffee? Mach ich irgendwie besonders gern. Immer wieder eine Freude, Freude zu machen. Der Bosch Werkskundendienst. Damit Ihr Kaffee-Vollautomat wieder das tut, was er am liebsten macht. Für mich. Für mich. Vielen Dank.